Ja, 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 auch mal wieder den lieben Estas Tornet dabei, der ja nach wie vor hervorragend spielt. Liebe ich, liebe diese Klänge. Da kann ich mich dann auch immer wieder ein bisschen erden. Und da fiel mir dann auch wieder ein bisschen was dazu ein. Insofern anzuschauen bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei Red News TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren, ihr wisst es doch, bla 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 bla, Browserzeile ab damit und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.